so da muss ich kurz noch mal pausieren weil ich musste echt hart aufs klo tut mir leid für diese kleine unterbrechung das sind wir da wir haben schon wieder alles folie wir brauchen jetzt erstmal gravel was hat hier alles für ein kappes thunderstruck spiel blue letting und dann würde er theoretisch hier lang gehen dann geht er hier wieder so eine kleine schneise und zwei am opel und dann hier nämlich dann lang müsste hier noch mal genau dann geht er nämlich hier wieder lang ja wir waren ja schlau und haben uns vor den eisen mitgenommen manchmal wieder ein schäufelchen und dann hätten wir das nämlich auch schon mal ja nice gut wir kommen der sache hier allmählich immer näher so machen wir einfach mal so und dann kommt hier auch noch mal gravel rein obwohl geiler wäre auch so ein weg wenn man nur so ein wenig macht oder mit muster aber ich mache jetzt einfach mal standardmäßig den gravel weg so ein bisschen standard muss auch sein wir können ja immer noch mal gucken wir können ja immer noch mal gucken immer noch mal gucken wir haben ja zeit weißt du wir haben ja zeit dann geht das nämlich hier lang so gut der geht theoretisch dann auch lang ist das richtig ja so da vorne muss ich erstmal wieder abstecken beziehungsweise mal schauen hoch habe ich hier gar nicht gebaut was ist denn hier das verbrechen oder habe ich das erstmal so genommen als als wert ich glaube schon ne ich weiß das gar nicht mehr die ganzen seeds ne wo ist eigentlich der eisengolem ich glaube der ist schon wieder ade ne der hat sich glaube ich fähre dünnisiert ich weiß nicht wo der lang gelaufen ist leben die überhaupt noch da ist der eine deine läuft dann der patrouilliert noch aber ich glaube der andere der ist weg aber das direkt wieder so moped gespawnt ja keine ahnung jetzt ja aus dem staub gemacht der sollte mich doch beschützen und meine lamas frechheit eine bodenlose frechheit ist das ein zombie oder was soll das sein hier ein zombie dorfbewohner okay okay pass auf ciao und ciao dann gehen wir mal kurz mal pennen hier so rein da ins kuschelbettchen kaka häufchen city auch sehr sehr schön okay genau dann wollen wir jetzt mal erstmal den hier bauen hier machen wir standard normal erstmal geradeaus sondern ich würde es gerne mit blättern vielleicht an der seite das ist so abgesteckter weg ist oder man könnte natürlich auch die panels nehmen aber ich weiß nicht ob das dann so schön aussieht das sieht nicht gut okay pass auf ich muss mal kurz eben jetzt haben halt die wir ein so ciao weg mit euch damit ich besser gucken kann jetzt weil jetzt geht es nämlich nein nicht die leine so und so tschüss so dann können wir theoretisch hier hier würde ich dann auch die stelle machen für die für die tiere ne ja ja ich muss erstmal hier nochmal die bäume aus gewichtung knallen warte mal ich mach mal oh wir haben bald keine dings mehr keine rüstung das ist natürlich belastend das ist sehr belastend aber ja das kriegen wir auch so noch hin ne sagte er und starb okay das ist natürlich komm ich hasse das wenn die items rumliegen wenn die wahllos durch die gegend rumfliegen dann nimm mal auf lieber und dann können wir später aussortieren und hier erstmal nochmal so und dann schauen wir mal was wir gern mehr schicken können so die kürbis kerne brauche ich nicht das brauche ich nicht die banner behalte ich mal hier das brauchen wir auch nicht unbedingt davon haben wir echt genug der zucker ciao 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 hier auch ciao und hier auch mal ciao 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 tschüss 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 ein redstone ja komm tschau amazon speerträger charm fragment ja da weiß ich auch noch nicht ein fischenholzzaun tschau ähm das ist mir eigentlich zu wertvoll der glowstone dust so das kann auch noch weg die zwei bäume kann ich hier mit reinpacken äh die erde kann mal da rein die können auch da rein das kann auch da rein das kann da rein das kann da rein ja da kann da auch rein der bogen der bojen so dann machen wir mal den hier so dann räumen wir mal hier mal ein bisschen auf so die brauchen wir gerade auch noch nicht das brauchen wir auch momentan nicht äh ja dann haben wir es soweit ne gut viel Spaß damit okay dann haben wir das alles aussortiert Gott sei Dank ah jetzt ist jetzt fühle ich mich auch ein bisschen freier ah schön okay jetzt ist die Frage fangen wir fangen wir direkt damit an ich mach mal hier wieder an weil ich würde die Blümchen nochmal einsammeln wie machen wir das jetzt mit ähm mhm ja hier ist sie eigentlich dann theoretisch auch ne viergeck mäßig ja gut pass auf dann gehe ich hier nochmal einen durch bis da hinten gut dann haben wir hier vorne viergeck aber halt da hinten dafür nicht ne das gleicht sich dann auch mal wieder ein bisschen aus so theoretisch wäre es schlauer erstmal die ähm Wege richtig zu machen bevor wir hier anfangen mit ähm ne du weißt schon mit den Stellen und den Feldern das würde glaube ich so erstmal keinen Sinn machen wenn wir das direkt bauen würden oh kein Gravill mehr so da Kies okay na okay dann haben wir das so jetzt ist die Frage ähm ich mach nochmal kurz den hier wie mach ich das jetzt mit der Wege mhm ich würde fast sagen dass ich hier ja theoretisch könnte man die Leuchtdinger nehmen ne die wir auch da hinten benutzt haben dann würde das alles schön leuchten hier warte mal das hört sich nach keiner dummen Ideen die gibt's ja auch nochmal in dunkelblau ich weiß halt nicht wie das dann aussieht wir können's probieren pass auf dafür dafür muss ich in shiny forest rein äh nein ich wollte mich nicht hinsetzen hör auf dafür brauchen wir die Schere ja und zur Not wir brauchen sowieso mehr ne so pass auf ähm shiny forest wo ist das denn nochmal mangrove jungle city ziel lol gottes tor templetation erz was erzernte achso da shiny forest oh god ähm wie gesagt wie gesagt die haben wir ja hier oh god ja hier ist er ein bisschen hier ist er ein bisschen überfordert dann könnten wir nämlich hier die mitnehmen ne warte mal haben wir noch nein so ich mach mal hier den Fliegemann ja und das war's dann ne pass mal auf fünf wenn die fünf wenn die fünf kaputt sind dann hören wir auf so und theoretisch müssten wir das Holz auch mitnehmen weil ich glaube das sieht ein bisschen bescheiden aus wenn die hier ohne ihre Blätter ohne ihre Blätter stehen oh eins ist da noch weiß ich nicht ob das so rüberkommt ne weiß ich nicht so einmal hier rumruhen und dann müssten wir eigentlich auch genug haben so liegt hier irgendwo noch was ne der sammelt das nämlich fix immer ein ne so jetzt haben wir nur noch zwei haben wir hier irgendwo noch dunkelblau nö wir wir nehmen einfach mal hier komplett alles mit ne alles was dunkelblau ist das ist unser da steht unser Name drauf so 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 und hier das letzte Stück gut ja wir haben wir haben ein bisschen okay ja das geht aber eigentlich ne na komm ich mach die weg ich mach die weg das geht überhaupt gar nicht ach ja das ist ja ach das ist ja sowas ja ach ja Gott Blendung Gottes Blendung so da komm ich auch noch dran da wird schon ein bisschen schwierig aber das kriegen wir hin ne so pass auf ich mach den hier ne die haben einen anderen ich wollte gerade sagen die haben einen anderen Stil so der nimmt aber die nebengeliehenen Sachen mit das finde ich sehr schön sehr löblich das ist ja 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 das ist ja